Hallihallo Willkommen zu einem neuen Let's Play von Angry Birds Space ja wir haben glaube ich letztes mal an diesem Ländlichen hier ein bisschen gehangen und das werde ich jetzt hier ein wenig gut wieder gut machen in dem es diesmal ein wenig wie soll ich sagen flüssiger läuft so wir haben Pech wir haben hier den ersten schon mal netwerk gekriegt aber jetzt kommt so jetzt und jetzt kommt wieder die Situation wie machen wir das ist da noch TNT nächster Versuch ja das könnte sich noch also das könnte sich wieder ein wenig herauszögern habe ich so das Gefühl da rein jawoll ach diesmal haben wir schon mehr Glück gehabt denn jetzt ist auch dieses Vögelchen da ähm hier so da weg also passt das diesmal ganz gut kommt TNT explodiert dann hat nicht komm ich probier nochmal dieses TNT zum explodieren zu bringen jawoll hat aber nicht wirklich was gebracht wie ich gerade feststelle ich deprimierend wenn so ein paar scheiß Level nicht zu schaffen sind also h über zu bäst ist echt die primiert manchmal harte hier 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 mach ich das ich schließe es einfach mal dahin weg damit jawoll oh ne jetzt das kann ich eigentlich gar nicht schaffen weil ich muss ja mit dem einen den hier abtreffen und der bleibt übrig ach man wegen einem so ein scheiß Vogel hei 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 komm die Bombe die kommt wieder da rein das lief ja letztes mal ganz hervorragend ja die 好ther diesmal ist dieser Vogel auch schon weg dann benutze ich wieder den einen um die beiden weg zu machen ja 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 geschafft so was verke�ert? wahrscheinlich verkack iets wieder? und es wird dann wieder voll das fail aber das probieren wir mal jawoll Doch kein Fail. Geschafft. Endlich. Also ich bin bereit für das nächste Level. Oh, das gibt sogar einen fetten Score, wie ich gerade gemerkt habe. What the fuck. Zwei Sterne und dafür habe ich so lange gebraucht. Haha, das ist ja mal ein unterhaltsames Level. Also die Level werden auch immer lustiger, oder? Komm, der auch gleich. Jawohl. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig machen soll. So, jetzt. Der hier. Ah gut, aber jetzt ist wieder der eine hier links unten, der, das Schweinchen ist, noch übrig. Wie mache ich das? Ah, ich mache einfach hier so. Okay, jetzt kommt wieder der hier. Na, 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 na. So, jetzt vertrau. Ach, ich sehe, das geht schon wieder nicht. Weil jetzt ist der wieder. Ich habe einfach zu wenig Vögel für das Level. Da muss ich mir was, mir was einfallen lassen. Ich habe einfach mal den hier als erstes reinzuballern. Jawohl. Danach kommt der hier. So, jetzt sind hier aber wieder die drei übrig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das Level hat es in sich. Echt schwer. Ich schaffe es einfach nicht. Da. Ich gehe vielleicht hier hin. Nein, mein Plan geht nicht auf. Was ja irgendwie auch schon klar war. Ich bin planlos. Probieren wir es nochmal hier. Auf geht's. Jetzt aber ja. Jo. Huh. Was war das denn gerade? Sicherlich kein guter Schuss. Ja. Jawohl, der eine ist schon mal weg. Jetzt hier vielleicht. Könnte es was werden. Oh. Unter Umständen. Nein. Oder? Komm. Ich brauche kein Glück, oder? Echt. Ja, komm. Nein. Nein. Ja. Auch wenn ich jetzt Glück habe. Oh, was. Wie knapp kam das denn noch? Kann das sein. Ei, 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 ei. Scheiße war's. Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Dann war ich wieder das hier weg. Das ist der wieder weg. Ach. Und es ist schon wieder nicht. der schaffe ich schon wieder nicht ist irgendjemand bleibt immer übrig irgendjemand bleibt immer übrig so jetzt hier einmal wieder nicht ich weiß nicht wie ich das level machen soll ich bin echt planlos aber so richtig so fullikane planlos eh also bei dem Level ist aber eine gehörige Partie und Glück dabei bis man das endlich hat braucht zu werden kommen jetzt geht's hier hier ist schon wieder nicht oder aus dem zy hier ist symbol übrig bleibt hier hier sein kommen Probieren wir einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und es springt irgendwie so ein Teil in die Richtung. Wovon ich aber nicht ausgehe. Nö. Es ist eine Menge Glück dabei, das zu schaffen. Eine Menge, 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 Menge. Glück, 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 Glück. Ja. Guck, so leicht kann es gehen. Warum klappt es dann auf dieser Seite hier nicht? Oh, ich habe vielleicht eine Idee. Vielleicht kann ich dann den Grünen mal... ...hier hin, zu dem Grünen. So, hier kriege ich noch ein paar Punkte, weil die Teile hier zerspringen. So, und den dann hier hin. Weil ich meine, bei den anderen hat es ja da auch geklappt. Vielleicht klappt es dann hier auch. Oder es bleibt beim Versuch eins von beiden. Naja, grinst du mich nicht so an, du Hungersohn. Ups. Naja, äh, jo, äh, ja. Das war der Part für heute, ich ein krass viel zu gutes, wie heißt es in Ordnung, ist noch mal, ähm, viel zu frustriert, um weiterzumachen. Vor allem, wenn mich diese Schweinebacke hier so anlächelt, also, na. Also, ja, ihr werdet, ja, äh, mal gucken, ob ich im nächsten Let's Play dieses verfickte Scheiß-Level schaffe. Ja, dann wirst du zum nächsten Mal, gefällt mir, klicken.